Ne, zwei Leute gehen in Tower. Wenn ich es nicht aufm Dach schaffe... Ne, hab's nicht. Oh. Ich geh jetzt unten rein. Ich bin aufm Dach. Ach, come on, Alter. Er hittet mich. Ja. Bist du unten drin? Hast du eine Waffe? Nein, ich hab keine Waffe. Come on! Come on! Ali! Alter, hier drin liegst du über Loot. Ich hab ne Shotgun drin. Komm rein. Hab einen. Hier draußen bei mir. Jetzt. Da ist er. Shut up. Alle tot? Ja. Geh in den Raum direkt, der da ist. Warte ruhig. Geh in den Raum nach rechts, Zander. Da ist der Überloot. Komm hier rein. Komm hier rein. Bruder. Oder ist der tot? Ich hab vier Käse. Oh mein Gott, ich hab gedacht, du wirst beschossen, Alter. Nein, die haben alle keine Waffe. Hast du den Überloot da dringend hier, Alter? Ja, 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 ja. Guck, was von der Tür noch über ist. Ja. Ich war voll fokussed, Mann. Alter, von der Tür ist nicht so heftig. Ah, Junge, 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 ey. Ich hab vier fucking... Ey, du hättest du hören müssen auf dem Dach, auf dem Dach, wo, äh, haben die dich die ganze Zeit angemerkt? Öh, verpiss dich, öh, hoff mich zu schlagen, öh, lass mich in Ruhe. Ach, schön. Echt? Ja, und er sagt, öh, schieß doch jemand den Typen hier vor mir ab. Also die meinten nicht. Und ich so, halt deine Schnauze. Und hab ihn in die Fresse geschossen. Hm. Das war ganz toll schön. Ich find dafür, ne, Leute, könnt ihr einen neuen Film noch oben da lassen. Ja, mit seinem Daumen. Ja, mit seinem Daumen. Ich gehe.